Und da sind wir wieder und ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal diesen Mikael als erstes, ja, äh, verschiedenes, genau, den würde ich als erstes mal so eine geben. Ich glaube, der wird auf mich schüren. Ich bin ja so ein imperieller Mann. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Ähm... Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ein guter Rat zum Absch... Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Ja, es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ja, passt auf euch auf. Können wir den vielleicht verprügeln? Nein, natürlich nur verprügeln. Hallo? Ähm... Gib mir meine Sachen. De-equipen, de-equipen. Ihr seid so gut wie tot. Jemand muss etwas annehmen. Oh. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich würde sagen, wir laden von da aus es wieder. Ähm... Ich lasse den erstmal in Ruhe. Und gehe mir erstmal mein Pferd kaufen. Da habe ich weitaus weniger Probleme mit. Denn... Ich möchte jetzt auch nicht meine 97 Goldstücke ausgeben, die ich gerade brauche, um mein Pferd zu kaufen. Ja. Zack. Öffne Himmelsraut. So, komm schon. Ähm... Ja, ich muss sagen, die Ladepausen gehen mir etwas auf den Zeiger. Natürlich. Das ist etwas lange noch. Dabei... Da... Hallo? Da bist du ja. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Wo ist dein Vater? Da vorne. Schön. Dann, ähm... Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmel. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ja, das habe ich. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Halte schnell wie der Wind. Gut. Erstmal speichern. Denn das ist sehr wichtig. Ich habe ein Pferd. Ha! Oh mein Gott, ist das ungewohnt. Ach, das geht einfach. Gut. Ab. Auf die Karte gucken. Und wir müssen nach... Oh, verdammt. Müssen wir weit weg. Ja, dann überlege ich mal. Nehme ich direkt die Sachen mit? Und dann laufen wir eine Runde. Oder laufen wir eine Runde hier durch. Und... Wups. Ja, ich hätte auch mit der Kutsche reißen können. Stimmt. Wieso bin ich nicht mit der Kutsche gerieten? Äh, geriesen. Gereist. Oh. Da möchte ich jetzt... Ah, das ist ein Riesen. Da möchte ich jetzt auch lieber einen Bogen drum machen. Denn ich weiß, dass die ziemlich... Oder ich habe zumindest gelesen, dass die ziemlich heftig sein sollen. Und ich mit meinem mickrigen Level 5 Teil komme da nicht dran. So. Lauf weiter. So. Karte. Wo können wir denn hier entlang? Da durch das Gebirge. Oder Ausnahm vorbei. Ich gehe einfach mal durch das Gebirge. Da vorne an dem Pfad entlang. Komm. Schneller. Mein Pferdlein. Cool. Man kann auch vom Pferd aus kämpfen. Ja. Weg damit. Und lauf, 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 lauf. Was ist denn hier noch? Oh. Ich fürchte. Oh. Ähm. Ich fürchte, dass... Das Pferd wird drauf gehen. Wow. Nein. Nicht auf mein Pferd. Weg hier. Weg hier. Weg hier und absteigen. Und. Uuuuh. Oh. Ich habe es geschafft. Cool. So. Jetzt darf mich nur nichts anderes mehr angreifen. Aha. Wieso bin ich jetzt auf das Pferd gestiegen? Ich will nicht auf das Pferd. Ich möchte... ...den Typen durchsuchen. Der was dabei hat. So. Reiten. Wohin... ...geht es denn jetzt? ...karte. Karte. Äh. Ja. Jetzt müssten wir rechts dran vorbei. Oder... ...da durch. Dadurch geht es nicht. Aber da ist noch eine Tour. Boah. Ich bin... Ich mache schon wieder so viel... ...anderen Scheiß. Hallo. Da ist die Tour. Äh. Au. Wieso geht das Ding wieder kaputt? Hallo. Nein. Was? Äh. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Die hatte es doch fast. Nein. Ich habe keine Niedrische mehr. Nein. Wieso habe ich keine Niedrische mehr? Oh. Das kann doch nicht. Pferd. Lauf. Richtig. Das müsste hier eigentlich... ...hier irgendwo lang gehen, ne? Ja. Da vorne ist der Weg. Hm. Habe ich jetzt sogar den Weg verpasst. Oder ist das gar kein Weg? Ich brauche auf jeden Fall einen Weg durchs Gebirge. Gebirge. Sieht doch hier aus, als ginge es hier durchs Gebirge. Oder nicht? Hier müsste es doch durchs Gebirge gehen. Oh mein Gott. Riesen. Ja. 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 Ich habe keine... Ah. Gut. Und ich laufe und laufe und laufe durchs Gebirge. Wie schön. Hier haben wir noch was entdeckt. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich mal absteigen. Und mal nachgucken. Hallo. Aktiviere. Und was hat der mir jetzt gegeben? Magie. Wirkung von Heilszaubern. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Egal. Egal. Ich habe es immerhin gefunden. So. Lauf. Wir sind jetzt über dem Berg und jetzt ab nach dieser komischen Stadt. Die wir dann direkt mitnehmen können. Habe ich jetzt mal im Pferd wehgetan? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe das hält einiges aus. Wäre doof, wäre nicht. Und wäre doof, wenn ich jetzt die tausend Goldstücke gefarmt hätte, nur um das einmal zu benutzen, das Pferd. Da. Was ist denn das für ein Teil? Und was ist das hier? Warte mal, Karte. Oh, ich habe eine neue Stufe. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte weiter runter. Egal. So. Und jetzt einmal meine neue Stufe. Und da hätte ich gerne etwas mehr Gesundheit. Genau. Und. Hallo. Schmiedekunst. Kann ich jetzt nichts machen. Schwere Rüstung brauche ich nicht. Blocken. Ja. Wäre schön. Und jetzt abhauen vor diesem Monster. Mit meinem Schwert. Oh. Ich hoffe, das Pferd stürzt jetzt nicht. Nein. Super. Hm. Komm, wir sind fast da. Lauf, mein Pferdchen. Da war eine Spinne. Das Coole ist, ich kann einfach an allem vorbeilaufen. So. Dann haben wir jetzt das Ding auch entdeckt. Und von hier aus. Uh. Von hier aus geht es jetzt zu diesem Grab da vorne. Machen wir es einfach so. Kann man. Ah, mein Pferd kann auch. Durch Wasser. Das ist doch schön. So. Komm, lauft weiter. Schön laufen. Immer schön laufen. Da ist ein... Nein. Da ist nur ein Hirsch. Boah, wie weit ist das denn noch entfernt? Ach, nicht mehr so weit. Gut. Hier müsste das eigentlich sein. Drehen wir dich mal ein bisschen. Pferdchen. Pferdchen. Und... Hier oben müsste es eigentlich sein. Uah. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Ja, hier müsste es sein. Und sie... Nein. Nicht runterfallen, Pferdchen. Gar nicht gut. Egal. Ich steige jetzt hier ab. Und ich würde sagen, ich beende hier nochmal kurz die Wander... Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.